Vorschau Rote Rosen 22. Januar 2020 Mona ist der festen Überzeugung, dass Jens sie absichtlich hat durch die Prüfung fallen lassen. Er nimmt resigniert ein Jobangebot aus Paris an und macht Lynn ein letztes Mal klar, dass die beiden keine Chance mehr haben. Amelie verbindet sich mit Gregor und will damit ihr finales Ziel erreichen. Gemeinsam wollen sie David aus dem Hotel vertreiben. Hannes und Vivian tauschen für einen Tag die Rollen und lernen das Leben aus einer anderen Perspektive kennen.